Die Achter werden sich freuen. Alle Mann an Deck! Gehst du nach A oder bleibst du in B? Ja. Ich fahre nach B. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Ich wüsste aber auch gar nicht mit was für einem Achter ich da reingehen würde. Wahrscheinlich auch Massachusetts oder so. Ich würde vermutlich Massachusetts fahren. Ich denke ich. Oder Zerstörer. Ja, aber Kagero. Le Terrible, Frontesque. Nee, 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 kann ich alles nicht. Und uns. Benson? Benson, Luoyang da vielleicht. Deutsche, die Achter. Deutsche kann ich nicht. Außerdem hab ich keine deutschen Achter. Was? Nein, ich hab irgendwo bei der beim Fünfer oder Sechser hört mein Baum auf. Jetzt wird das schneller. Ja. Hallo, dein Moin. Ich mach da den Deck. Ich komm doch nicht nach A rüber. Ich komm doch nicht nach A rüber. Ah, ich muss mal eben gucken. Ich fühle mich noch ein bisschen desorientiert hier. Kreuzer entdeckt. Schlachter entdeckt. Hm. Schlachter entdeckt. Schlachter entdeckt. Kreuzer enteckt Ui, sehr schön! Man kann ja noch Mahlzähne putzen. Bei uns gibt es meistens sowieso nur stilles Wasser. Achtung! Torpedos von links! Feindlichen Kreuzer enteckt. Au! Wer macht mich denn? Geht hoch auf! Die Eugen zu nah an dir dran. Die Hinnungburg ist noch... Ah, da ist eine Lightning! Ich werd verrückt! Oh, da ist diese Eugen. Zerstörer entdeckt. Diese Eugen. Jetzt wird das schneller! Ne, das Schießen auf die Schiemer, das sparen wir uns erstmal. Die treffe ich nämlich eh nicht. GZ zum Kill der Lightning. Ja, die hatte nur noch... paar hundert Leben. Das egal, was fort ist, ist fort. Früher habe ich ganz viel Sprudelwasser getrunken. Das konnte mir nicht sprudelig genug sein. Und seit der Schwangerschaft vertrage ich kein Sprudelwasser mehr. Das ist kein Witz. Das heißt, ich bin vor 10 Jahren auf Leitungswasser umgestiegen. Beziehungsweise auf stilles Wasser. Leitungswasser war es vorher schon. Ähm... Aber... Naja... Das war der zehnte Brand dieses Match! Wuh! Ha, 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 ha! They call me the burning man. Äh... Naja, so ähnlich. Ihr müsstet den strafenden Blick sehen, mit dem ich gerade angeguckt werde. Das Burning Bambi. Quasi. Genau. Aber nicht so groß. Achtung! Torpedo von rechts! Ja, ich sehe es doch. Ja, ich sehe es doch. Hm. Kräuter entdeckt. Das war Brand Nummer 11. Das wäre gut, wenn wir das gewinnen. Ich fände das auch gar nicht so schlecht, wenn wir das gewinnen. Oh, ich weiß nur nicht, ob wir das schaffen. Niesel Uhu. Ich weiß nur nicht, ob wir das schaffen. Butch die Maschine aber auch nicht. Das war's. Wir kriegen uns die Maschine nicht heraus. Ja... Wie ist das? Der Schlachter entdeckt. Ja, das wäre schon schön, wenn die Eugen das jetzt nicht überlebt. Hier. Nee, hilft nix, ich muss wieder abdrehen. Hm. Nee, 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 nee. Reh mit Tee, das ist gut. Ich bin ein Reh mit Wasser. Wo wir wieder beim Thema wären. Hallo Minotaur. Mutterwurst aktiviert. Kreuzer entdeckt. Geht. Ein Weihnachtsbambi, wo kommt das denn eher? Das hat er selber, da gibt es irgendein App, die das macht, keine Ahnung. Damit kam er neulich schon an. Das war's für heute, das war's für heute. Und gewinnen wir? Nein, leider nicht. Dann sorgt bitte dafür! Ja, ich arbeite dran! 16er Brand, es ist doch besch... also Wahnsinn. Nein! Unsere Hintengurt ist noch gestorben! Oh, so ein Mist! Stab, Chief Entdeck! Oh oh! Eins lacht sie weniger! Scheibenkleister! Oh, ich hätte so gern den Dreadnorn noch gehabt! Ich glaube, das ist eines der besten Gefechte, die ich je gefahren bin. 220.000 Schaden! Unterstützer, Großkaliber, Vernichter! 17 Brände! Und nur ein Kind! Ich fürchte, wir werden verlieren! Also ich habe ja geschafft, zwei zu betrachten. Mit wenigem Schaden. Ja, ja. Tja, es hat nicht sollen sein, Leute! Tja, bitte! Tja, eine Stufe aus! Schade! Tja,, okay! Das ist eine gute Idee! Vielen Dank.